Wer ruft mich, lässt uns in die Wadgie sehen, wir tauchen ein, in die Spielefeld, wer uns schafft, kein Moment vergeht, die deckt, komm hier um den Ziel und zum Wandel ein. Ja, Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen von der schönsten in der Welt aus Zypern, Peru Place. Ich bin der Peru, ich grüße euch auf meine gewohnte liebenswürdige Art und Weise. Wir fahren heute mal wieder ein bisschen durch Alaska in der Lesken Road Truckers und ihr könnt es schon sehen, wir befinden uns gerade hier auf dem Betriebshof und ich habe gemerkt, ich habe euch Dünnschiss erzählt. D-Ü-N-N-S-C-H-I-S-S-Dünnschiss. Nein, es geht um die Parkplätze, Freunde. Wir möchten ja gerne und das wird auch heute der Hauptbestandteil der heutigen Folge, einen neuen Truck anschaffen, beziehungsweise dafür brauchen wir natürlich einen Parkplatz. Ihr braucht da bitte nicht warten, bis ihr eine Werkstatt bauen könnt. Ich habe das auch falsch verstanden. Ihr könnt jederzeit, sobald ihr, ich glaube das sind 2000 Dollar, sobald ihr die in der Tasche habt, könnt ihr jederzeit einen weiteren Parkplatz freischalten. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir machen uns mal auf den Weg in unser Office, in unser Büro. Und ja, wir kriegen ja mit der Highway Edition für die Konsole auch die zwei Extra-Trucks und zwar kostenlos. Und einen davon möchte ich mir heute mal gönnen, möchte ich uns heute mal gönnen. Ja, und dann mal ein bisschen fahren. Ihr seht, wir sind mitten im Herbst. Wir brauchen schon eine Power-Maschine für den Herbst. Und ich hoffe, dass die Kisten ein bisschen mehr unter der Haube haben. Jetzt aber müssen wir aber erstmal den Parkplatz bauen. So, ne, also das hatte ich jetzt auch hier falsch verstanden. Ich dachte, wir müssen erst die Werkstatt freischalten, etc., etc. Ist aber wie gesagt nicht so. Ihr habt hier keine Anforderung. Seht ihr hier gerade fürs Parken. Das heißt, wir bauen den Parkplatz für 2000 Öcken. Ne, äh, und ja, ne, den anderen, den sparen wir uns erstmal auf. So, jetzt gehen wir zum LKW-Händler. Jetzt haben wir zwar noch, äh, keine Möglichkeiten. Jetzt hier drei, vier, fünf. Ist auch alles noch ein bisschen zu teuer. Äh, nein, wir gehen auf Spezial. Da sind nämlich unsere Bonus-Trucks drin, ne? Da haben wir einmal den hier. Der ist schon ziemlich Mad Max-mäßig, muss ich sagen, ne? Also könnte ein Mad Max-Film entsprungen sein. Äh, wer es ein bisschen härter mag, bitteschön mit Totenstädel, Spießen und Hörnern und allem, was spitz ist. Bitteschön, da ist er. Sogar eine Flak obendrauf. Okay. Wenn es denn sein muss. Wird uns bei Schnee aber nicht viel helfen. Ähm, ich bin ein bisschen mehr bei dem Kollegen hier. Ich finde, der sieht cool aus. Ähm, den gönnen wir uns mal. So. Ähm, Interieur-Anzeigen. Jetzt sehen wir ihn auch mal von innen. Okay. Sieht sehr nice aus. Auch mit den Horn vorne. Kaufen wir für 0 Dollar. Tada. So. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollte der jetzt auch hier irgendwo stehen. Ich habe übrigens in letzter Zeit so ein bisschen mit Tonproblemen zu kämpfen bei Alaskan Road Truckers. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Zum Beispiel das Radio, wenn es mal eingeschaltet ist, geht zum Beispiel nicht aus. Oder das Motorgeräusch ist ein bisschen, ja, reagiert nicht wirklich mehr auf dein Fahrverhalten. Wenn ihr solche Probleme auch habt, schreibt mir mal. Das würde mich sehr interessieren, ob das bei euch genau so ist. Ne, schreibt es mir gerade mal so in die Kommentare rein. Ne, vielleicht diskutiert ihr das ja auch gerade live bei der Premiere. Würde mich mal sehr interessieren. So. Anyway. Hier ist unser Niegel, Nagel, neuer Truck. Und ist der nicht wunderschön? Ja. Den werden wir uns jetzt mal genauer angucken. Ja. Schön. Dann mal rein in die gute Stube. Jetzt rauscht das hier auch irgendwie so komisch, ne? Ich weiß nicht, was mit dem Ton los ist. Ich hoffe, da kommt noch ein Patch. Wie sind wir denn hier ausgerüstet? So, das ist ja das Inventar, das wir sowieso bei uns haben. Gott sei Dank, die Kettensäge habe ich eingepackt. Falls mal ein Baum auf dem Wege liegen sollte. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir gar nicht lange rum. Und suchen uns einen Auftrag in der Gegend. Ist der, ist der vollgetankt? Ja, ist vollgetankt. Das ist sehr gut. Äh, bevor wir losfahren, lasst uns mal ganz kurz checken, ob er sonst die Standards auch noch mit hat. Ich will nur ganz kurz, sicher ist sicher, ne? Äh, Werkzeugkasten und Schrank checken, ob wir alles dabei haben. Da haben wir Reifenketten. Hört ihr das mit dem Ton? Das ist sehr merkwürdig. Sehr befremdlich. Also da haben wir schon mal die Winterketten, ne? Da kann uns schon mal nichts passieren. Jetzt schauen wir mal. Habe ich hier kein, keine Abdeckhaube für den Winter. Sonst müssen wir die tatsächlich wahrscheinlich nochmal neu kaufen. So, warte mal. Schauen wir mal in unser Schränkchen hier. Da haben wir die kühle Abdeckung. Gott sei Dank, ich dachte schon. Sehr gut. Motoröl, Luftfilter, Kühlmittel. Erste Hilfe haben wir dabei. Das passt. Sogar ein Ersatzscheibenwischer. Dann können wir uns ja auch nicht beschweren. Gut. Äh, dann zurück zu meinem ursprünglichen Plan. Nämlich, dass wir mal gucken, dass wir hier einen Auftrag uns schnappen. Dann, ups, verklickt. Entschuldigung. Na, da ist er. Und schon wieder Klick. Also irgendwas stimmt da nicht. Der Ton, Leute, der Ton. Das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, das ist jetzt hier nur auf dem Firmengelände so. Sonst wird das akustisch schon ein bisschen anstrengend, ne? So, hab ich, ach so, hab ich hier noch. Ne, wir haben aktuell keine Fertigkeitspunkte. Okay. Stufe 6 sind wir aber immerhin schon. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Gut. Was haben wir denn hier in der Nähe? Das wäre ja gleich nebenan. Flüssig Asphalt muss auf ein Baugeländer. 2717 gibt's dafür. Sieben Stunden Zeit. Komm, da machen wir jetzt gar nicht lang rum. Wir wollen unser Truck ein bisschen einfahren. Das heißt, schmeißen wir die Kiste mal an. Na, da kann ich mir jetzt aber auch ein bisschen verspätet hier, ne? Also irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. So, Licht, Licht, Licht. Licht. Okay, ab geht's. Ja, was ist denn hier los? Ach, Leute. Oh, Leute, was ist denn da los? Ich krieg' nen Gehörsturz. Also ich hoffe inständig für diesen Truck, dass das nicht sein normales Betriebsgeräusch ist. Leute. Ja, das ist, da ist ein Fehler in der Tondatei, definitiv. Ich will nur mal kurz zum Auftraggeber fahren, dann starte ich das Spiel nochmal neu. Äh, so hätte sich der Mutter wahrscheinlich in den 80er Jahren in einem Videospiel angehört. Aber das... Aber das... Oh, Leute. Da freut man sich über einen neuen Truck und da kriegt man die Ohren geplättet. Ich versteh' ich versteh'n mich ja selber kaum. Also ich... Ich hör' auch den Blinker nicht. Ich kann's nur sehen an meinem Display hier, dass der drin ist. Junge. Sind zum Glück nur 17 Kilometer. So. Wenn wir da sind, starte ich das Spiel nochmal neu. Und ich hoffe, er hat sich ganz einfach nur verschluckt beim Laden gespielt. Ansonsten haben wir definitiv ein Problem. Alter, das sind schon creepy Geräusche, oder? Junge. 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 Also es liegt definitiv nicht an meinem Headset. Dessen bin ich mir gewiss. Was wird sich jetzt auch die... Die Natur, die Vögel, habt ihr es gerade gehört? Die kann man klar und deutlich gerade eben hören. Völlig irre. Völlig irre. So, da wären wir schon auf dem Betriebsruf. So, ich werde mal hier abspeichern. Und ich hoffe, wir sind noch da, wenn wir es gleich neu laden. Ich will nur ganz kurz mal hier... Motor aus. Also mit dem Ton, das ist wirklich... Junge, was ist denn da passiert? Okay, Leute. Ich starte das Spiel kurz neu und ich hoffe, dann haben wir das gefixt. Bis gleich. So. Und ruckzuck sind wir wieder da. So, ich habe das Spiel jetzt nochmal neu geladen. Und ich hoffe, der Ton passt jetzt. Jetzt steigen wir erstmal aus. Jetzt müssen wir uns nämlich den Auftrag erstmal abholen. So. Moin, der Kollege. Was steht an? Äh. Er hätte ja doch mehrere. Das war doch dieser Flüssigasphalt, was er uns noch angezeigt hat. Das war eigentlich der, den wir ausgesucht hatten. Richtig, genau. Das andere ist nämlich Lizenz C. Das können wir gar nicht fahren. Macht Sinn. Okay. Dann. Wo ist denn der Bagger Loot? Oh, da ganz hinten um 6 steht er. Okay. Dann. Ist der nicht wunderschön? Äh. Habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Okay. Gut. Dann starten wir die Kiste mal wieder und drücken die Daumen. dass diesmal tontechnisch alles hinhaut. Bis jetzt. Hört sich ja gut an. Ich finde das so cool mit den Nördern vorne drauf. Völlig neues, cooles Fahrgefühl. So, da ist unser Anhänger. Dann bringen wir uns mal so ein bisschen schon mal in Position hier. So, kurz mal Ansichtswechsel hier. Aber ich sehe gerade, wir sollten definitiv was essen. Mal sehen, ob ich noch was im Schrank habe, im Führerhäuschen. Nicht, dass uns der Junge hier vor Hunger wegklappt, ne? Muss ja nicht sein. Okay. Dann hauen wir hier schon mal die Handbremse schnell rein. Und Motor aus. Weil wir müssen den ja sowieso erstmal gleich ankoppeln. Aber ich will erstmal sehen. Ähm. Habe ich noch was da? Weil sonst müssen wir demnächst bei einer Tanke halt machen. Äh, Schiete. Ich habe echt nichts mehr dabei. Mist. Äh. Das ist kacke. Entschuldigung. Aber man muss sagen, wie es ist. Na gut. Äh, dann sehen wir mal zu, dass wir hier... Ne, das wollte ich jetzt gar nicht. Radio, um Gottes Willen. Kriege ich hier wieder einen auf die Backen hier von YouTube wegen Lizenzrechten. Und wir haben noch gar nicht abgekoppelt, äh, angekoppelt. Und Leute, ich bin völlig zu Fuß heute mit dem Kopf. Ich habe noch ein Knalltrauma hier von diesem Piepton. Leute, glaubt es mir. So. Kann man sich ja gar nicht mehr konzentrieren bei. Erstmal natürlich ankoppeln das Ganze. Wie sich das gehört. So, jetzt noch die Kabelschen hier. Wie wir es gewohnt sind. Also wir werden demnächst auch wieder Livestreams hier zu machen. Oder generell Livestreams von der Konsole. Aber, solange ich noch nicht geklärt habe, äh, warum es hier immer wieder Live-Abbrüche gibt. Gerade bei Streams auf YouTube. Äh, werde ich das erstmal lassen. Ne, und dann werden wir hauptsächlich aktuell, jedenfalls aktuell, die Streams hauptsächlich, die Livestreams vom Steam Deck aus machen. Da bitte ich euch um Verständnis. Ne, sobald ich das Rätsel gelöst habe, das Problem gelöst habe, geht es natürlich auch mit Livestreams von der Konsole bald weiter. Gut, wollte ich nur mal gesagt haben, wir machen uns vom Acker. 305 Meilen sehe ich hier auf der Uhr. Und ich hoffe inständig, dass wir eine Tanke auf dem Weg haben. Weil unser Ernährungsbalken, der ist ja richtig unten auf dem Boden. Das geht gar nicht. Ah, das war aber jetzt weit ausgeholt, ne? Junge, Junge. Gott sei Dank war da jetzt kein Gegenverkehr. Naja, vielleicht haben wir ja Glück. Hoffe ich. Mit der Zahnke hier. Ja. Wollte ja nicht, dass sich am Steuer verhungert, ne? Ah! Hat der so einen Wendekreis, sag mal? Den Engkurven muss ich aufpassen. Wieder so neblig, ne? Wie spät haben wir eigentlich? Kurz vor 6 Uhr morgens. Okay. Aber das mit dem Ton, das habe ich immer mal wieder. Keine Ahnung, woran das liegt. Wie gesagt, schreibt mir mal bitte, ob das bei euch genauso ist. Näh, keine Tanke, Schieter. Also ehrlich gesagt, so auf den ersten Blick zieht er noch nicht viel besser als der andere Truck. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das nur optisch ist, diese Spezialausführung. Also sehr viel mehr Leistung merke ich hier jetzt noch nicht. Aber schön ist er allemal, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Eui, 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 der quält sich genau wie der andere auch hier den Berg hoch. Oh Mann. Also wenn wir mit dem weiterfahren sollten, muss ich auch unbedingt noch in ein Geschäft ran. Beziehungsweise in eine Werkstatt, dass wir eventuell bessere Reifen, bessere Schlappen nochmal aufziehen. Ich weiß jetzt auch nicht, welche er gerade drauf hat. Aber wie gesagt, wir sind schon mittendrin im Herbst. Der Winter steht vor der Tür. Da sollten wir, glaube ich, das Beste vom Besten nehmen. Dass wir da so einigermaßen eine Chance wenigstens haben im Winter. Aber ich denke, das wird heftig, der Winter hier in Alaska. Apropos heftig, ich habe heftigen Hunger hier. Leute, wir brauchen eine Tanke. Gruß eine Tanke. Okay, hier haben wir wieder einen Soundbuck. Ihr hört das. Ich bremse ab, aber ihr hört gar nicht, dass ich abbremse. Ach komm, Leute. Ich lasse es mal Gas los. Es passiert nichts. Es hört sich weiter an, als wenn wir volle Leistung fahren. Oh, 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 oh. Houston, wir haben ein Tonproblem. Witzig wäre es jetzt, wenn ich aussteige und der Motor läuft trotzdem, obwohl er ausgeschaltet ist. Aber ich drücke gerade auf die Bremse und ich dachte, der reagiert gar nicht, weil sich auch tonmäßig gar nichts ändert. Da war ich jetzt gerade ziemlich perplex. Denn auch beim Fahren natürlich achtet man auf den Klang seines Motors, klar. Wenn man bremst und man hört keine Drosselung des Motors, dann denkt man doch, hey, Moment, da stimmt was nicht. Bremst der nicht? Also ich bin jetzt gerade zum Beispiel komplett vom Gas runter. Also es dürfte jetzt gar nichts so zu hören sein. Jedenfalls nicht so laut. Ist das da eine Tanke? Oh Gott sei Dank. Gott sei es getrommelt. Es wird Zeit für einen Snack, Freunde. So, mal kurz drücksetzen. Ja, der Sound passt natürlich jetzt gar nicht, ne? Ähm, was soll ich sagen? Mir fällt nichts ein. Mir fällt echt nichts ein. Ja, jetzt hörst du natürlich die anderen Töne auch nicht mehr. Der Sound hier überdeckt jetzt alles. Mist. Ja, guck mal, jetzt sind wir raus. Und der Motor, Sound läuft immer noch weiter. Das ist doch scheiße. Entschuldigung, muss man sagen, wie es ist. Das ist doch scheiße. Anyway, wir brauchen Futter, Futter, Futter. Ich nehme mal zwei Dosen Futter hier mit. Gebratene Hähnchensticks. Was haben wir noch? Ich habe keinen Platz mehr für Getränke. Schide, ja, ich muss mal ein bisschen umsortieren hier. Aber das soll jetzt erstmal auch reichen. Ja, da steht er und tourt und tourt. Das ist ein Geistertruck. Er braucht keinen Sprit, nichts. Er läuft und läuft und läuft. Das macht mich fertig, Freunde. Das macht mich jetzt gerade wirklich ein bisschen fertig. Also, wir werden deshalb auch diese Tour nur fahren, weil das hält ja keiner aus. Das tut mir jetzt leid, aber so können wir ja nicht fahren, Freunde. Das ist ja, ich glaube, das sind wir uns einig, oder? So, hauen wir uns erstmal das Dosenfutter rein. Ein, zwei Stück. Naja, ich glaube, wir müssen uns die Hähnchensticks auch noch reinkloppen. Es hilft nichts. Ist das übel. Also, ich will den Auftrag schon fertig machen. Da leben wir kurz damit, ne? Aber wie gesagt, es macht da nicht viel Sinn, dann trotzdem noch weiterzufahren, weil dann warten wir auf den nächsten Patch. Ne? Ja, und ich hoffe, sie haben es bis dahin gebatcht. Hallo? Einmal essen, bitte. Jawohl. So. Ja, das Bad müssen wir auch demnächst mal wieder, sehe ich gerade. Jetzt schmeißen wir unseren Geistermotor mal wieder hochoffiziell an. Aber Turmbedeutung habe ich vorhin vergessen. Die machen wir jetzt auch mal an. Bremse russ. Und weiter geht's. Also, das ist wirklich ärgerlich. Das müsste wirklich nicht sein, oder? Was ist denn da passiert? Gab es irgendeinen Patch, von dem ich nichts mitbekommen habe? Dass sie da einen Fehler reingepatcht haben? Ich weiß es nicht, Freunde. So, 200 Kilometer haben wir noch vor uns. Wir denken uns jetzt mal, das wäre das normale Fahrgeräusch. Naja, gut, dass ich gerade mal reinschaue hier wieder in das Game. Junge, Junge. Also, ich habe das Ganze übrigens auch noch mal auf Steam, auf dem Steam Deck. Da habe ich diesen Fehler bislang noch nicht gefunden. Es scheint mit der Konsolenversion nur in Verbindung zu stehen, dieser Fehler. Soweit ich das bis jetzt sehen kann. Ich kann hier jetzt aber auch nur für die Playstation-Version sprechen, wie das bei der Xbox aussieht. Das weiß ich leider nicht, aber vielleicht könnt ihr mir das mal schreiben. Oh, wir haben Sonne auf Gang. Es glüht so rot rein hier in unsere Fahrerkabine. Finde ich sehr cool. Jetzt wollte ich das eigentlich feiern hier mit neuem Truck und so. Neue Motivation. Das war es leider. Weil macht ja natürlich dann auch so ganz Spaß, so dauerhaft zu fahren. Der zieht aber auch nicht die vollen 55 Meilen pro Stunde, ne? Seht ihr das? 52. Also wir können uns bei Gelegenheit mal den anderen, den dritten Truck auch noch angucken, aber ich habe die Befürchtung, ist mehr Schein als sein. Der sieht zwar cool aus, aber wenn schon, dann müsst ihr ihn hochrüsten. Je nachdem, auf welchem Level ihr seid, könnt ihr da ja ein bisschen was machen. Ansonsten bringen die nicht viel mehr. Boah, schön, ne? Das ist hier Trucker-Romantik. Die Sonne knallt uns aus. Motorhauben, Blech. Und strahlt orange-rot. Ah! Können wir jetzt Musik machen? Dann würde ich uns jetzt hier wirklich einen Country-Titel reinhauen, so richtig Trucker-mäßig, ja? Aber geht ja nicht, ne? Ja! Natürlich! Und jetzt haben wir hier noch einen schietigen Baum. Kollege, kannst du bitte mal wenden, weil ich kann so nicht arbeiten. So, ich mache jetzt mal die Zündung aus. Der müsste doch theoretisch selber eine Kettensäge dabei haben, oder? Ach, was müssen wir denn wir alles machen, ne? Aber geh mal weg da. Unfähige Kollegen hier. So. Ja, die Motorhosee gehören wir natürlich jetzt auch nicht, ne? Das ist schade. So, weg damit. Die Straße ist frei. Hier steht natürlich der Kollege im Weg rum, ne? Das ist natürlich auch ganz toll. Du weißt schon, dass der Baum weg ist, ne? Oh Gott. Na ja, der bewegt sich keinen Millimeter. Also im Fall des Falles entweder zurücksetzen oder wir fahren gleich an ihm vorbei. Ich bin für Möglichkeit B. Ah, jetzt, jetzt bewegt er sich. Anstatt, dass er geradeaus weiterfährt, weil ich die Straße frei geräumt hab, äh, fährt er jetzt wieder zurück. Naja, okay. Wie er meint, Das Menschenwillen ist ein Himmelreich. So. Aber gerade, wenn so ein Soundfile, äh, kaputt ist und nicht läuft, ja? Oder falsch läuft, wie hier jetzt gerade. Man merkt erst, wie abhängig man auch vom Sound ist, vom Ton, wenn man fährt. Also nicht nur rein vom Spielgefühl, sondern du schätzt deine Geschwindigkeit natürlich auch falsch ein, ne? Das ist nicht ohne. So, 125 Meilen noch und dann sehen wir mal zu, dass wir ja strak durchkommen. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt so ein ganz kleines bisschen enttäuscht nach dem richtig guten Start, den das Spiel hingelegt hat. Äh, was ich auf jeden Fall nach der Aufzeichnung hier machen werde, ich werde das Spiel einmal komplett deinstallieren, nochmal neu installieren und dann mal sehen, ob, äh, das dann wieder in Ordnung ist. Ansonsten ist es wirklich die Systemsoftware nicht, wollte ich schon sagen, die Spielsoftware meine ich. Ja, da kann ich dann auch nichts machen. Erstmal jedenfalls nicht. Ja, Mensch, schade, Mensch. Ich hatte mich schon wirklich heute wieder gefreut, mal wieder durch Alaska zu kurven. Das kann dann den, ja, einem so den Spaß ein bisschen vergellen, ne? Ihr kennt das ja. Aber wenigstens entschädigt uns heute dieser wundervolle Sonnenaufgang in Alaska ein bisschen. Jedenfalls optisch. Ja, müde ist der Kollege auch schon wieder. Das heißt, wenn wir am Ziel angekommen sind, müssten wir den Kollegen wahrscheinlich sowieso wieder erstmal schlafen legen hier. Dann ist auch eine Schlafnase, ne? Junge, Junge. So, die Meldung mit dem umgestützten Baum dürfte sich jetzt langsam auch mal da auflösen. Die steht jetzt schon die ganze Zeit da. Den Baum haben wir schon entsorgt vor geraumer Zeit. Die haben immer noch die Meldung. Also irgendwas, ihr merkt das schon, ne? Irgendwas passt da nicht. Also da müssen die Jungs dringend mal ran. Ich hoffe ihn ständig. Sie haben es schon gemerkt. Damit sie schnellstmöglich beheben können. Es wird Zeit für ein Update, würde ich mal sagen. So, ich sehe schon gerade, ich glaube, da waren wir schon mal. Da müssen wir nämlich einmal wenden. Das wird die halbe Straße erstmal gerade durch und dann die Hälfte wieder zurück. weil vorher haben wir keinen Wendepunkt. Es sieht natürlich jetzt komisch aus vom Bild her, ne? Ihr merkt, dass ich langsamer werde, aber der Ton eben halt nicht. Klingt wie eine schlechte Synchrone. Das ist... Heidewitzka, jetzt was los. So, kommt ihr mal in die Puschen hier, Freunde. Ich muss abliefern hier. Ich habe Termine. Nicht trödeln hier. Jetzt... Ha! Jetzt kommen alle Geräusche auf einmal. Habt ihr es mitgekriegt? Jetzt war auch gerade die Motorsäge noch zu hören. Er hat es nachgeliefert, den Ton. Das... Das habe ich jetzt noch nie erlebt. Jetzt haben wir auch wieder einen normalen Ton. Ihr seht schon, ne? Also, er variiert wieder, der Ton. Und wir... Ja, das ist jetzt schon wieder vorbei. Jetzt haben wir wieder den durchgehenden Ton. Also, hier ist definitiv etwas nicht in Ordnung mit den Tondateien. Aber das war es jetzt eben, ne? Jetzt haben wir innerhalb von zwei Sekunden die gesamten Geräusche der letzten 20 Minuten sozusagen nachgeliefert bekommen. Oh, Backe. Oh, Backe, Leute. Also, sonst bin ich voll des Lobes für dieses Spiel. Und dazu stehe ich auch. Aber das hier, Leute, das muss man doch merken. Ich hoffe, da kommt so schnell wie möglich ein Patch. So, jetzt müssten wir auch gleich da sein. Ja, jetzt muss man den ganzen Bums hier wieder zurück. Ja, war mir klar. So, wo ist denn jetzt unser Ziel? Okay, jetzt sehe ich es. Mal ein bisschen abbremsen. Ach, die Baustelle ist es hier, ne? Ja, ja, okay. Ja, genau. Jetzt schaut euch das mal an. Da steht er mit seinem Streifenwagen vor, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, die Polizei, die Polizei, dein Freund und der Helfer, ne? Ist klar. So, ihr wisst, ich bin jetzt nicht der große Rangierkünstler, aber ich werde tun, was in meinen schwachen Kräften steht. Oh, habt ihr das gesehen? Der Zivilist da oben rechts fährt in die Streife rein. Das ist natürlich, dümmer geht's nicht, ne? Dümmer geht's nicht. Gleich Führerschein weg, Lappen weg, volles Programm. Herr Wachmeister, walten Sie resamtes. So eine Unfähigkeit darf es nicht auf den Straßen geben. So, ich versuche jetzt natürlich unfallfrei selber am Polizeiwagen vorbeizukommen. Das haben wir ja ganz schlau gemacht hier. Ah, jetzt haben wir auch jetzt nicht den Ton für die Einparkpräzision. Siehst du, da haben wir nämlich gleich das Nächste. Ach Gott, Leute, manchmal bin ich sehr müde. Ah, ich hab mich jetzt auch noch verlängt, Leute, das gibt's nicht. Der fehlende Ton, Leute, beziehungsweise der falsche, der macht mich fertig. Ich mach da jetzt auch kein weiteres Gerubel draus. Wir lassen es jetzt so, wie es ist, bevor jetzt hier noch die nächste Katastrophe passiert. So, einmal aus. Ja, natürlich, den Ton haben wir weiter, hab ich nicht anders erwartet. Und, äh, ja, dann passt hier alles, dann koppeln wir mal ab. Hab ich eigentlich meine Jacke an? Wieso hab ich meine Jacke wieder nicht an? So warm ist es ja auch nicht, ne? Guck mal, ist sogar gefallen, die Temperaturen ja, auf fast minus 8 Grad. Alter, wo, was ist mit der Jacke? So, jetzt. Also heute, heute ist echt der Wurm drin. Das ärgert mich, Freunde, das ärgert mich richtig. Was? Wenn der Motor läuft und die Handbremse nicht gezogen ist? Ich hab doch, ich hab doch alles eben gezogen, oder? Ah, nee, die Handbremse nicht, oder? Ja, und warum? Weil ich sie nicht höre. Mann. Kerle. Leute, fix das. Aber schnell. Ist ja Katastrophe. Okay. Der umgestürzte Baum steht da übrigens immer noch. Ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Jetzt müssen wir jetzt mal die Kabel hier abmachen. Vor allem dieses Dauergebrumme, das macht einem ganz durstelig im Schädel, ne? Das ist... So. Bitteschön. Gern geschehen. Wiedersehen. So, dann trennen wir das Ganze. Hören wir natürlich jetzt auch wieder nicht. aber ist abgekoppelt. Ja, Freunde, ich würde sagen, seid mir nicht böse, aber es macht natürlich so keinen Sinn, ne? Äh, weil es geht einem erstmal nicht nur unheimlich auf den Zeiger, das macht es fast unspielbar, ne? Ich werde jetzt den Kollegen hier nur mal schnell schlafen legen, damit wir beim nächsten Mal hier wieder frisch rein starten können. Aber bis das nicht gefixt ist, würde ich sagen, machen wir mit dem Spiel ein bisschen Pause. oder wir spielen mal auf dem Steam Deck weiter, da habe ich bis jetzt noch nicht diesen Fehler in der PC-Version. Das können wir natürlich auch mal probieren. Aber ansonsten hier auf der Playstation, würde ich sagen, ist hier dann erstmal Pause für den Alaskan Road Trucker. So, ja, aber ich will euch natürlich jetzt nicht entlassen aus der heutigen Episode mit einem schönen Blick auf unseren neuen Truck. Da ist er. Leute, trotz aller Widrigkeiten, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Da kracht der Nächste in den Polizeiwagen. Ist das herrlich? Ähm, ja, ich bin wieder abgelenkt, aber ich sehe immer alles. Ihr kennt mich, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Follow da, läutet die Glocke, damit ihr auch die nächsten Episoden und anderen coolen Spiele, die wir hier zocken, nicht verpasst. Und nicht vergessen, Daumen hoch. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-Youtubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss, tschüss.